Die Grundnode ist 6,4, da bleiben wir auf 5,9. Kanthu, wo ist der nächste, Canterbury & Coley, seine Eltern und Großeltern, Torsten Sandbach, der Besitzer, und Manuel Brause, St. Georg, Schimmel, ach ne, jetzt kommt das nochmal, jetzt kommt das nochmal Nathalie, das macht sie mit einem Verständnis der Richter, weil sie auf dem Sprichplatz noch ein anderes Pferd reiten muss, ich muss sie nur erstmal noch finden hier. Nathalie, Nathalie, also es ist Nathalie Bunke. Welche Flecken-Lummer? So Nathalie, jetzt haben wir dich gefunden, das Pferd heißt Nuneben, 5 Jahre alt, Rückenburg-Oberlach von Scalino, aus dem Geschick Falkenhof. Oh, come auf, come auf. Oh, come auf. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018